Ja ihr Lieben, Godzilla Kong The New Empire ist jetzt auch endlich im deutschen Kino angelaufen und ich habe mir so ein paar Resonanzen von euch in den Kommentaren unten drunter durchgelesen, die auch, Gott sei Dank und auch vielen Dank dafür, komplett spoilerfrei gewesen sind. Der gesamte Spoilertalk, der kommt ja noch und ich will jetzt hier in dem Video ganz klar eins vorweg nehmen. Hier wird schon gespoilert werden, wir werden hier über das Ende von Godzilla Kong The New Empire reden. Deswegen dürft ihr auch gerne hier in den Kommentaren unten spoilern. Das ist jetzt für die Leute, die keine Spoiler erfahren wollen, einfach kein Video im Endeffekt. Denn wir müssen auf so ein paar Sachen eingehen. Der Film ist relativ kontrovers aufgenommen worden. Einige von euch schreiben, das ist der beste Film des Monsterverse. Andere sagen, wow, wow war das kacke. Das ist der schlechteste Film des gesamten Monsterverse. Ich habe mich ja so ein bisschen in der Mitte eingereiht, beziehungsweise eher ein bisschen positiv. Ich habe der ganzen Nummer 6 von 10 Punkten gegeben. Der liebe Sebastian von Filmstart hat mir sogar noch eine WhatsApp geschickt und er würde dem Film sogar 7 von 10 Punkten geben. Das heißt, ja, wir haben wirklich einen Mischmasch an Gefühlen, was den Film angeht. Und wir werden jetzt hier mal über das Ende von Godzilla Kong sprechen. Über die letzte Sequenz, was sie bedeutet und was Adam Wingard selber über die Zukunft des Monsterverse sagt. In diesem Sinne, Achtung, Spoiler, viel Spaß mit dem Video. Okay, also der Film, wie gesagt, der ist relativ kontrovers aufgenommen worden. Meiner Meinung nach war das einfach alles viel zu schnell, was die Handlung anbetroffen hat. Eine Sache, die mich auch noch, ja, schon sehr gestört hat, war, was sie mit Shimo am Ende gemacht haben. Denn Shimo wurde wirklich angepriesen als The Mother of Titans. Die Mutter aller Titanen, der erste Titan, The First Titan, das wurde ja alles quasi im Vorfeld schon mehr oder weniger geleakt. Dann eben auch im Film nochmal aufgegriffen, indem man es einfach nur ganz plump von einer Wand abgelesen hat, wo irgendwelche Hieroglyphen draufstanden. Das war keine wirklich gute Einführung der Figur Shimo. Dazu muss man auch sagen, dadurch, dass Shimo ja eigentlich den gesamten Film lang unter Skarkings Kontrolle gesteckt hat, hat Shimo auch nicht wirklich einen eigenen Charakter bekommen. Das heißt, auch da mussten wir auf einen Charakter eben dieser Figur jetzt hier verzichten. Dass man sich aber dann zum Schluss dazu entschieden hat, Shimo, den bisher bekanntesten, ältesten Titan, den wir bisher haben, das kann sich immer noch ändern, zum Schoßhund von Kong zu machen. Da habe ich mir ganz kurz gedacht, oh, das ist eine Entscheidung, die gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Da habe ich mir wirklich gedacht, da kann ich jetzt auch nicht irgendwas schönreden. Ich fand das eine sehr befremdliche Szene zu sehen, wie Shimo überhaupt nichts checkt. Also auch als Godzilla dann seinen Strahl nach oben in den Himmel schießt, um quasi Shimos neue Eiszeit aufzuhalten. Und Shimo guckt dann ganz verwirrt nach oben, als würde sie überhaupt nicht wissen, was gerade passiert. Ich meine, okay, man muss jetzt hier nicht von einem weisen Kaiju reden, aber Godzilla versteht auch wesentlich mehr, wie die Welt funktioniert, als es Shimo scheinbar macht, obwohl die eben wesentlich älter ist. Naja, am Ende sehen wir dann eben, wie Kong mit Zuko an seiner Seite und eben Shimo, die er als Hund tut anscheinend hält und streichelt und sowas, vor den von Skarking versklavten Kongs auftaucht. Quasi jetzt als der Erlöser, als der King Kong möglicherweise. Er wird in kommenden Filmen auch nicht so genannt werden. Nein, das hat wohl irgendwelche rechtlichen Gründe mal wieder. Aber auf jeden Fall ist er jetzt der große Erlöser. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie Godzilla, der eine sehr überschaubare Geschichte hatte, nämlich sich einfach quasi komplett über den gesamten Globus zu morden, bis er einfach mächtiger wird, dann am Ende das Kolosseum in Rom als sein neues Hundekörbchen auszuerkornen und dann da eben ein Schläfchen zu machen. Das macht der Ganze zweimal im Film, wird wahrscheinlich auch im kommenden Filmen so ein kleiner Gag werden. Ich muss sagen, ich fand das Ganze eigentlich sehr sympathisch. Ich hab da auf jeden Fall so ein bisschen gelächelt im Kino und hab mir gedacht, komm, es ist doch eine ganz coole Sache. Es hat einige von euch tierisch aufgeregt, dass Godzilla jetzt ebenfalls wie so ein Hund dargestellt wird. Wenn es auch in zukünftigen Filmen jetzt so sein Rückzugspot werden wird. Ey, wen stört's denn, ganz ehrlich? Was kann aber mit der Geschichte jetzt weiter passieren? Wir haben einige Theorien, die wir jetzt hier besprechen wollen und gehen dann aber zum Schluss von dem Video nochmal auf zwei. Zwei sehr wichtige Aussagen von Regisseur Adam Wingard selber ein. Und diese beiden Aussagen, man kann die cool finden, man kann sie nicht cool finden oder man findet sie einfach so ein bisschen verwirrend. Wie gesagt, da sprechen wir ganz zum Schluss drüber. Deswegen bleib auf jeden Fall dran, weil ich will auch deine Meinung dazu ganz am Ende des Videos wissen. Eine Sache, die wir uns aber einfach so nochmal in eine Theorie einrufen können und ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, ist eventuell, naja, ein mögliches Vorkommen eines Space Godzilla in kommenden Filmen. Und wirklich, ich habe diese Theorie jetzt ja schon aufgestellt gehabt, bevor überhaupt der Name Godzilla Kong the New Empire bekannt gewesen ist, dass Space Godzilla einfach irgendwie Sinn macht. Und ich bleibe dabei. Jetzt noch mehr als jemals zuvor. Denn eine Sache hat der Film ebenfalls gemacht. Er hat uns nichts über die Kristalle verraten. Also die Kristalle sind einfach da und scheinbar kann Shimo damit kontrolliert werden. Was diese Kristalle aber wirklich sind und wo die herkommen, da ist noch sehr viel offen. Also wir wissen nicht wirklich, was da gerade in der Hohlerde abgeht. Die ganze Nummer wurde, glaube ich zumindest, aus einem bestimmten Grund offen gelassen. Das will ich einfach mal einem Adam Wingard jetzt so ein bisschen zutrauen. Warum, da sprechen wir dann eben gleich auch nochmal drüber, was mit seiner Aussage auch zu tun. Diese Kristalle könnten in der Theorie sehr stark einen Space Godzilla auf den Plan rufen. Ja, hier müsste man dann die Origin-Story irgendwie verändern und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch richtig zusammenbekomme, wie Space Godzilla im Original entstanden ist. Aber es hat irgendwas zu tun mit Mothra, die ins Weltall fliegt und dann wird Space Godzilla's, nein, dann wird Godzilla's DNS von einem schwarzen Loch aufgesogen und dann kommt da Godzilla am Ende bei raus. Ey, hört sich jetzt sehr trashig an. Nach dem Film kann man wirklich sagen, würde auch ins Monsterverse reinpassen. Ich habe das Ganze auch mal wirklich bearbeitet gehabt, die ganze Space Godzilla-Geschichte. Die habe ich dir mal da oben in der Infocard verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich das ein bisschen besser erklärt. Auf jeden Fall wäre auch das jetzt eben wieder möglich, denn Mothra ist ja wieder zurückgekehrt und so könnten im Endeffekt auch diese Spore nun ins Weltall gelangen. Allerdings müssen wir uns dann eben hier fragen, warum sind die Kristalle bereits in der Hohlerde? Das Ganze könnte man eben so erklären, dass Space Godzilla vielleicht eben nicht erst entstanden ist durch Mothras Weltall-Spaziergang, sondern vielleicht ist Space Godzilla schon wesentlich früher auf der Erde gewesen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man noch einführen könnte. So könnte man ebenfalls einen neuen Bösewicht in die ganze Geschichte mit einführen. Was ebenfalls noch unfassbar für diese Space Godzilla-Theorie spricht, ist einfach ein Zitat aus dem Film Godzilla Kong selber. Denn hier lernen wir ja die Menschen in der Hohlerde kennen. Und naja, eine Prophezeiung besagt eben, dass diese Menschen einem Godzilla gedient haben, der die Sterne gefressen hat. We solved the Gojira that ate a star. Und hierbei ist natürlich naheliegend, dass es sich hierbei irgendwie auf Space Godzilla bezogen wird. Soweit gehen zumindest einige Theorien da draußen. Und obwohl der Film uns weismachen will, dass es sich hierbei wirklich nur um eine göttliche Metapher handelt und dass damit eigentlich unser Godzilla gemeint ist, also den Godzilla, den wir eben auch aus den Monster-Verse-Filmen kennen, könnte das tatsächlich ein kleines Indiz sein, das uns in Richtung Space Godzilla lenkt. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ja diese Zeichnung hier hatten, die ich euch hier gerade mal eingeblendet habe, in der wir ja sehen, wie ein fliegender Godzilla von oben herunterkommt. Und naja, den haben wir eben so noch nicht gesehen. Denn wir dürfen mal jetzt nicht vergessen, das habe ich glaube ich in dem Video schon mal nebenbei erwähnt, dass Toho sich ebenfalls dazu geäußert hat, dass die auf gar keinen Fall gesagt haben, ey, ihr dürft die Toho-Monster nicht benutzen bei Legendary. Das haben wir euch verboten. Das wurde nie gesagt. Legendary darf frei auf die Monster von Toho zugreifen. Natürlich wird dann da auch ein bisschen Geld fließen, das ist vollkommen klar. Aber der Grund, warum wir jetzt hier in Godzilla Kong, den New Empire, sowohl Skarking als aber auch Shimo bekommen haben, ist einfach der, dass sich Legendary und Wanda dazu entschieden haben, dass sie eben auch ihre eigenen Titanen in dieses Universum mit einbringen möchten. Und da muss ich sagen, das finde ich ganz cool. Ich fand, Shimo und Skarking sind schon in die richtige Richtung gegangen. Ich hätte jetzt Skarking nicht unbedingt töten müssen in dem Film. Das fand ich ein bisschen lame, dass der nicht irgendwie aufgebaut wurde, vielleicht für irgendetwas Weiteres. Und da kommen wir jetzt auch zu einem Punkt, warum es hier sehr viele Spekulationen jetzt geben wird. Der Film lässt sehr viel offen, aber in einem Spektrum, wo quasi alles möglich ist. Das heißt, wir haben jetzt hier, wir haben keine Post-Credit-Scene, wir haben kein Ende, wo man vielleicht dann nochmal ganz kurz sieht, wie Mothra ins Weltall fliegt, dass man sich irgendwie denken könnte, ah, Moment, da kommt doch jetzt was. Es ist also quasi alles offen. Wir könnten jetzt einen Mecha Ghidorah bekommen als nächstes. Wir könnten, wie gesagt, Space Godzilla bekommen. Destroyer, ihr mögt den unbedingt im Monsterverse sehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich immer noch nicht. Ich möchte, dass das Monsterverse sich noch ein bisschen festigt und dann können wir uns den Destroyer gerne anschauen. Jetzt ist es noch zu früh. Und ebenfalls haben wir im Film gesehen, dass wir jetzt hier zwei Weichen gestellt bekommen haben. Auf der einen Seite sehen wir Kong, der jetzt eben als der Erlöser zurückgekehrt ist und seine Spezies befreit hat. Und auf der anderen Seite sehen wir eben Godzilla. Das sind jetzt hier zwei Weichen, die ganz klar auf eine Sache hindeuten. Nämlich, dass die Geschichte von Kong scheinbar mehr in den Fokus gerückt werden soll, als aktuell. Und das ist tatsächlich eine der beiden Aussagen von Adam Wingard selber. Denn der meinte vor gar nicht allzu langer Zeit, dass er ein Interesse daran hätte, in einer Trilogie, also er möchte unbedingt drei Filme machen, davon haben wir jetzt ja schon zwei gesehen, in einer Trilogie möchte er die Geschichte von Kong und der Hohlerde auserzählen. Diese Trilogie soll eben beinhalten Godzilla vs. Kong, Godzilla Kong und dann eben noch einen dritten Teil, was darauf schließen lässt, dass der nächste Teil eventuell erneut ein sehr starker Kong-Film werden kann. Denn auch Godzilla Kong ist ja eigentlich, Godzilla macht eigentlich nicht wirklich viel. Der darf einfach in dem Film mit dabei sein, damit die Godzilla-Fans auch in den Film reinrennen. Deswegen ist Godzilla mit dabei. Aber eigentlich erfahren wir in Godzilla vs. Kong und in Godzilla Kong die Geschichte von Kong. Jetzt habe ich sehr häufig Kong gesagt, aber es ist eben auch wirklich so, dass man schon merkt, dass der Fokus eben sehr stark darauf liegt. Und Adam Wingard hat eben behauptet, ja, ich würde ganz gerne eine Trilogie zu eben jenem Affen machen. Vielleicht quasi auch sowas wie The Road to King Kong. Wir sprechen gleich noch über die zweite Aussage von Adam Wingard. Die ist noch viel interessanter. Lass uns aber erst mal ganz kurz überlegen, was denn so ein kommender Film noch beleuchten könnte. Wir sehen ja ganz zum Schluss vom Film, wie Kong und Shimo und Zuko auf so einem Berg erscheinen. Und ja, eine Sache, die man dem Film irgendwie zugutehalten kann, nicht unbedingt muss, ist, dass Shimo auf gar keinen Fall so krass ist, wie sie uns versprochen wurde. Ich habe bei Shimo wirklich das Gefühl gehabt, dass ihre Fähigkeiten, je nachdem wie der Film es gerade gebraucht hat, mal stärker oder eben mal schwächer gewesen sind. Das heißt, wir haben jetzt diese Mutter der Titanen in unserem Team mit drin und müssen uns aber keine Sorgen machen, dass die jetzt zu overpowered ist. Ebenfalls müssen wir uns eingestehen, dass auch Godzilla Evolved, der hat ein paar coole Szenen gehabt, bei weitem aber nicht so krass gewesen ist, wie wir uns das eigentlich alle ebenfalls vorgestellt hatten. Denn, wenn wir uns mal an die Szene erinnern, in welcher Godzilla und Kong in Ägypten aufeinandertreffen, dann müssen wir uns hier eingestehen, dass in diesem Kampf Kong stärker gewesen ist als Godzilla Evolved. Das werden jetzt einige Godzilla-Fans da draußen nicht verkraften, aber es ist eben wirklich so, wir sehen ganz genau, dass Godzilla wirklich mit voller Kraft auf Kong losgeht, während er immer noch versucht, Godzilla so ein bisschen zurückzuhalten und ihn aber trotzdem mit seiner, mit seiner Elektrofaust fertig macht. Godzilla ist ohnmächtig und schafft es dann, Kong nur wieder zu besiegen, weil Kong ihm eben nicht den Gnadenstoß versetzt, sondern ihn quasi einfach zu dieser, zu diesem Spot trägt, wo er ihm zeigen will, ey, da unten ist übrigens Skaking und Shimo. Deswegen schafft es ja dann auch Godzilla, wenn er wieder aufgewacht ist, dann den Kampf doch noch für sich zu entscheiden. Was ich damit sagen will ist, wir haben jetzt hier doch wieder ein relativ gutes Gleichgewicht an Kräften und die funktionieren irgendwie. Ich fand auch einen Skaking, der zwar jeden Kampf im Film verloren hat, fand ich dann doch relativ imposant von seiner Fähigkeit her. Wir könnten also in einem nächsten Film sehen, wie sowohl Kong als aber auch Shimo die Hohlerde weiter erforschen. Dabei könnten wir jetzt in einer Fortsetzung zu dem Ganzen mehr auf die Hintergrundgeschichte von Shimo eingehen und dann da die Brücke zur Godzilla-Thematik schlagen. Der letzte Teil könnte uns nun wirklich endlich einmal komplett zeigen, nicht nur erklären, bitte, nicht jetzt wie in dem Film, auch mal zeigen, was früher wirklich passiert ist. Wir könnten nun, wenn die Hohlerde-Geschichte nun auch wirklich zu Ende erzählt werden soll, das auch wirklich komplett ausschmücken. Wir könnten die gesamte Mythologie von Godzilla im Hintergrund weiterhin erfahren. Wir könnten die gesamte Geschichte der Kongs erfahren, vom Ursprung bis zum Ende und eben auch Shimos Geschichte. Wenn sie die Mutter aller Titanen ist, gab es auch einen Vater aller Titanen. Was sind diese gewaltigen Skelette, die wir dann in der Hohlerde sehen? Teil 3 dieser Trilogie von Adam Wingard könnte uns also wirklich endlich mal alle Fragen beantworten und sich nun auch wirklich einmal fokussiert damit beschäftigen, in die Vergangenheit zu switchen, dass wir nun eben auch einfach alle verstehen, was damals wirklich komplett passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir dann Adam Wingards zweite Aussage. Denn der hat mitbekommen, dass die Leute ein bisschen angefressen gewesen sind, dass Godzilla einfach wieder mal, genau wie in Godzilla vs. Kong, obwohl ich fand es hier noch ein bisschen schlimmer, so eine Nebenrolle bekommen hat. Und ich muss wirklich sagen, ja, ich mag Godzilla mehr als Kong. Jetzt hier bitte nicht falsch verstehen, aber ich hätte Godzilla in diesem Film nicht gebraucht. Das ist, der ist einfach nur dafür da, damit er eine neue Verwandlung macht und dann am Ende dazukommt zu diesem Kampf. Wir hätten das auch anders lösen können. Also Godzilla ist echt nur mit dabei, damit Godzilla-Fans sagen, ah, schau ich mir auf jeden Fall an. Adam Wingard hat wie gesagt genau diese Kritik eben mitbekommen und sich danach so ein bisschen anders zu dem geäußert, im Vergleich zu dem, was er eben davor gesagt hat. Nämlich erklärt er jetzt vor kurzem auf einmal, er hätte doch ein riesiges Interesse daran, einen Fokus mehr auf Godzilla zu legen und zwar so in der Form, wie er es jetzt auch in Godzilla Kong bei Kong gemacht hat. Das mag jetzt alle Godzilla-Fans da draußen freuen, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Also die Hintergrundgeschichte von Kong und Godzilla hängen, finde ich zumindest, ja so krass miteinander zusammen, dass man das gar nicht so splitten muss. Man muss das Ganze vielleicht einfach ein bisschen mit einem etwas roteren Faden erklären, als jetzt hier im aktuellen Film und dann kann man die gesamte Gestichte der Hohen Erde nun im kommenden Film einfach einmal auserzählen. Dann hätten wir quasi die Hollow Earth Trilogy oder sowas in der Art und ey, wer weiß. Ich meine, wenn das wirklich so kommt, dann sage ich aber auch ganz ehrlich, dann lasst mal einen Space Godzilla und alle anderen Toho-Fiecher, lasst die mal noch raus für Teil 3. Denn er findet von mir aus für Teil 3 nochmal einen neuen Bösewicht, weil ich möchte nicht, dass wenn wir einen Space Godzilla oder irgendetwas bekommen, dass der wieder in einem Film erschaffen wird, auftaucht und auch dann wieder zerstört wird. Das ist mir zu schnell abgefrühstückt von diesen Figuren und ich würde mich eben einfach freuen, wenn man dann auch vielleicht mal ein bisschen länger das Ganze ziehen kann. Ghidorah als Beispiel. Ghidorah ist nicht tot gewesen nach Godzilla King of the Monsters, nö. Ghidorah ist danach nochmal wiedergeboren worden, quasi im Körper von Mekka-Godzilla. Und ich glaube, das war es auch noch nicht ganz mit Ghidorah, da ist ja immer noch was im Hintergrund. Sowas will ich dann jetzt auch mit den Toho-Figuren sehen. Deswegen sage ich ganz ehrlich, wenn Adam Wingard wirklich meint, er möchte eine Trilogie von Kong erzählen, dann sage ich persönlich, dann mach doch aber komplett ein rundes Bild. Mach nicht entweder Kong oder Godzilla. Das gehört für mich zusammen. Erzähl die gesamte Geschichte der Hollow Earth, die Vergangenheit, auf die Zukunft gemünzt, gebt uns vielleicht nochmal einen neuen, richtig coolen Gegner und dann hat er seine Trilogie beendet. Damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt bist wie immer du gefragt, was sagst du dazu? Findest du das eine coole Sache, dass es eventuell weitergeht. Ich meine, die Einnahmen sprechen ja aktuell wirklich dafür. Das Finanzielle scheint ja da zu funktionieren. Ich gehe davon aus, dass es auch einen neuen Teil geben wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreibt mir alle der Gedanken dann so in die Kommentare unten rein. Und wie gesagt, hier dürft ihr auch schon mal ein bisschen spoilern. Das macht jetzt hier gar nichts. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.